So, das Genji-Spiel war für die Tonne. Ich denke, wir spielen jetzt mal wieder einen Helden, der ein bisschen Value rausholen kann. Wie wäre es, wenn wir... wenn wir wieder eine Runde Kassia spielen? Nein, ich glaube, wir spielen mal eine Runde Hanzo wieder. Mal gucken, ob wir dem gewachsen sind. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. So, Hanzo. Was spielen wir denn hier? Ich bin immer bereit. Buße. Geometrie können wir spielen. Es trifft alle Genji-Helden, um den Sturmwurm zu verstärken. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Können wir eigentlich mal spielen. Zielübung. Obwohl Illidan wird schwierig zu treffen. Wir spielen mal aufs W. Mal gucken, wie das funktioniert. Und doch Buße. Und doch Buße. Ich mache was ich muss. Ich verstehe. Ich verstehe. Seht. Aber könne dich selbst. Oh. Leaming hat mich gerade umgebracht. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Da war ich mal wieder zu aggressiv unterwegs. Ach man. Ich spiele gerade Quickmatch. Wieder absolute Tomate, was ich hier alles spiele. War ja doch Buße gegangen. Ich hätte Zielübungen. Ah. Unter einfache Geometrie gehen sollen wir nicht Buße. Oh man ey. Ich gebe nie auf. Ich bin schon aus den großen Geschichten. Nein. Ich bin schon schon aus. Du hast mir gefällt. Die Spiele in meinen Neuen-Gaden ist ein Teil. Bei dir der Hand. Die Schöneценungen. dem heiler gebührt mein dank der drache sieht euch fließt wie wasser sprengkopf unterwegs countdown aktiviert ja sprengkopf bereitstellung abgeschlossen in besitznahme wird empfohlen alle sprengköpfe wurden entgegengenommen zeit mich zurückzuziehen feindliche ruhe ein bisschen sehr lange gebraucht gerade schau mit den augen des drachen wer ein klick wahre perfektion ist die höchste kunst der drache sieht euch ah die lemming ist gerade das problem ich bin geheilt ich verstehe haben wir so schwechling verstanden dann bleibe ich in der Mitte denke ich mal den Asibo haben sie auch schwechling man ey such dir ein talent aus ok wir müssen hoch schummel hat die fähigkeiten stärke angefangen schummel für einen schäden bonus schaden Die haben jetzt einfach einen Streufall. Der Drache sieht euch! Fuck. Na? Spreng her, wird bereitgestellt. Beachtlich! Spreng kaputt können jetzt in Besitz genommen werden. Was ist das denn? 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 Drachenschlag, hin in den Drachenpfeil. Let's go. Ich bin aber trotzdem angemessen zufrieden. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? So gewonnen, so zerwonnen. Ich könnte versuchen... Mal gucken, ob ich ihn treffe. Nee, er ist schon weg. Schade. Das ist ja super gewesen, wenn ich ihn getroffen hätte. Da hätten sie ihn länger bearbeiten müssen. Ach man, warum kriege ich denn Hand und muss auf der beschissene Map spielen? Also, wo ich ihn tatsächlich sehr, sehr gerne spiele als auf den Höllenschrein, da macht's auch unglaublich viel Spaß mit ihm zu spielen. Ich verstehe. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, es ist logisch! Such dir ein Talent aus! Leider! Mein Dank! Ah, es ist logisch! Das war ein Sprengköpfe ausgeliefert Da glaub ich nur Auto attacken müssen da Ja, das war ein Der 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 Feindliche Nuklear-Rakete Gestartet Ah, es geht alles besser, weil ich mich so fast geht habe Ich hätte doch lieber den anderen nehmen sollen Bruce ist um die Kacke hier Ich verstehe Wer hat deine Festung zerstört? Der Drache Seht euch Ihr wisst nicht, was euch erwartet Ein schütlicher Fenster Eieieieieiei Schade Schade Erhaben nicht genug Schaden, die Liming ist gut Der Genji ist kacke Eigentlich sind sie alle kacke Der 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 Kein Held Der 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 Heute Der 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 Berechne Prozessdauer. Beide beten Sie eine geordnete Radeschlange zur Ausnahmezettel. Niemand entgeht! Ungut! Ein gegnerliches Wohl ist gefallen! Schaut mit den Augen des Drachen! Ich bin geheilt! Ich! Deine Teile müssen immer noch ziehen! Noch falsch! Oh, fuck! Meisterhaft! Oh! Oh! Hat sich genau in dem Moment noch umgedreht. Ja, das war nix. Das war nix. Sieht eure Lehren aus dieser Niederlage. Das war nix. Zwei Fail Games in Folge. Ai, 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 ai. Ja. Also, Hanso macht mir echt gar keinen Spaß. Ich habe es jetzt nochmal versucht. Aber ich werde mit dem Helden nicht warm. Ist einfach nicht mein Held. Das ist alles zu Clunky. Das ist alles Zufall. Das ist alles Zufall. Produkt vor dem Herrn. Ich weiß nicht. Also, mein Held ist er nicht. Wer ihn spielen kann, ziehe ich meinen Hut. Aber ich kann ihn nicht spielen. Das ist nicht mein Held. Das ist... Das ist das einzige, wo ich ihn, wie gesagt, gut spielen kann. Ist auf Höllenschreine. Weil es da am meisten Sinn macht mit dem, ähm, Streufall. Ansonsten bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall war das ein Desaster-Spiel vor dem Herrn. Das zweite Fail-Game in Folge. Das Genji-Spiel, das ist halt auch mega beschissen gewesen. Machen wir uns da nichts vor. Das war sehr, sehr erbärmlich. Schade. Vielleicht hätte ich hier vielleicht doch lieber den Drachen wählen sollen, anstatt den Drachenpfeil. Hm. Naja. Hätte, hätte. Fahrradkette. Bis zum nächsten Mal. Tschö!